Heute haben wir bei Schalke Olé einmal einen Künstler da. Den haben wir nicht alle Tage bei Olé gehabt, also jedenfalls heute das erste Mal. Thomas Anders, servus. Der Punkt bringt noch nie, hallo, servus. Aber dafür dieses Jahr, ich glaube die ganze Staffel. Ja, ich glaube auch sieben Shows, ja. Jetzt gibt es ja die Musik von Modern Talking seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren. Hättest du dir damals mal vorstellen können, dass das so lang geht und dass heute, wie wir das gerade auf der Bühne gesehen haben, dass die Leute diese Musik immer noch lieben und immer noch so mitmachen? Das kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, man ist eh nicht in der Lage 30 Jahre vorauszuschauen. Hätte man irgendwie jemandem die Frage gestellt, hättest du gedacht, dass du vor 15 Jahren mal im Lotto gewinnst? Nein, das kann man einfach nicht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es halt eben diese Karriere gab und ich arbeite auch sehr viel dafür, dass halt eben diese Songs und dass auch für mich diese Karriere als Musiker auch noch weitergeht. Und man hat es ja heute auch mitbekommen, das sind alle die Modern Talking Songs, aber alle komplett neu arrangiert. Einfach mit unheimlichem Druck und ganz auf dem neuesten Stand, wirklich ganz moderne Sounds, neue Arrangementideen reingepackt. Und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen und was das Publikum toll findet, weil es damit auch weiterlebt und nicht in den 80ern stecken bleibt. Man nimmt den Song, aber man bringt ihn so, als wäre er 2015 entstanden. Du wirst es dir vielleicht nicht vorstellen können, weil du dir wahrscheinlich denkst, mit Ballermann-Radio oder mit Ballermann, da habe ich ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Aber deine Musik wird auch bei uns gespielt. Und wir merken ja bei Internetradio sehr schnell, wie die Hörerzahlen sich entwickeln. Und auch dort kommt die Musik sehr gut an. Gerade diese neuen Stücke, also wie es eben neu arrangiert worden ist. Ja, ich meine ja, die Songs sind einfach gut und das kann ich auch verstehen. Aber es ist so Ballermann-Radio, Ballermann-Radio kann vielleicht seine eigene Welt haben, aber der Ballermann hat wiederum seine eigene Welt. Also und ich glaube, da müsste man unterscheiden. Da muss man sagen, Ballermann-Radio ist einfach ein Radio, das gute Laune macht. Und der Ballermann ist im Grunde vielleicht diese Meile auf Mallorca, wo eben sehr viel getrunken wird. So kommt es ja bei der Allgemeinbevölkerung an. Richtig, das stimmt. Aber Ballermann ist doch viel mehr. Aber letzte allerletzte Frage, was steht für dich die nächste Zeit an, außer die Uleva-Einstaltung? Was machst du? Oh, ich bin auf jeden Fall, ich muss jetzt irgendwie Mitte Mai anfangen. Ende Mai nicht muss, ich darf. Ich freue mich drauf, ein neues Album aufzunehmen, das Ende des Jahres rauskommen soll. Ich bereite mich auf viele Shows vor. Ich habe wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und besonders freue ich mich zum allerersten Mal, dass ich in Los Angeles auftrete, in der Starlight Bowl, Mitte August. Und ich habe heute erfahren, das erste Konzert ist schon ausverkauft. Es geht in die zweite Runde, also wir haben eine Zusatzshow. Und im September bin ich in New York. Und ja, es geht einfach für mich um den Globus weiter. Wir wünschen viel Spaß und weiterhin viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Danke.